Theoretisch müsste es ja unten rechts angezeigt werden, ob wir was gefunden haben oder nicht. Aber scheinbar gibt es gerade nichts zu finden. Gehe jetzt natürlich wieder zu, war klar. Da ist immer zu in dem Scheißladen. Mal ein bisschen ein paar Frauen da, aber nichts ist. Schade Schade Schokolade, vielleicht ist ja auch bei dem Feature irgendwie nichts aktiviert. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Mit Zug auf den Server sieht es gerade nicht gut aus. Oha, hier wird geschossen, Bruder. Oha, hier wird geschossen, Bruder. Oha. Oha, da wird aber krass geschossen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Ja. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich würde mir gerne mal ein paar Autos angucken. Ein paar Autos angucken. Wir haben hier ein paar zur Show stehen. Ja. Ja. Ansonsten können Sie auch gerne dort auf dem Tisch liegt die PD Motorsports. Da können Sie auch gerne mal nachschlagen. Mhm. Hallo. Was passendes für Sie dabei ist. Ich habe nämlich gerade noch Kundschaft. Ja. 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 Und währenddessen können Sie gerne dort vorne kurz nachschlagen. Wie gesagt, in der D-Zeitung Kategorie PD Motorsports, da finden Sie dann unsere Verzeuge. Okay. Sonst haben wir auch ein paar hier vorne ausgestellt. Okay. Gut. Dann schaue ich mal deine Magazin. Ja. Machen Sie ganz in Ruhe. Machen Sie ganz in Ruhe. Okay. Gut. Danke. Gerne. Okay. Haben Sie sich was überlegt, wie Sie das jetzt machen wollen? Sie kommen jetzt nach und nach immer hier hingefahren? Ja. Wunderbar. Dann sage ich bis gleich. Okay. Tschüss. Okay. Gut. Kontakt, Herr. Was kann ich für Sie tun? Ja. Ich will ein Auto kaufen. Sie möchten auch ein BKW kaufen? Ja. Genau. Also PD Motorsports in der Katalog. Ähnlich wie der Kollege, der gerade schon hier vorne in die PD Motor Zeitung reinguckt, können Sie da auch reingucken. Ja. Ansonsten haben wir auch ein paar Modelle hier stehen. Ja. Ich sage das auch nochmal. Haben Sie die Zeitung gefunden? Ansonsten, ich weiß ja nicht, wo Ihr Budget liegt. Wir haben auch ein paar Modelle hier. Ja. Ja. Also ich finde so um die 10K. Okay. Ja, da brauchen Sie gar nicht groß in der Zeitung gucken. Die Modelle haben wir alle hier. Da haben wir genau drei Stück. Die sind unter 10.000. Und welche wären das? Das zeige ich Ihnen sofort. Ja. Ja. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Okay. Da sind Sie ja schon wieder. Ja. Mensch, ich kann mich gar nicht mehr umladen. Okay. Gucken wir gerade mal an. Der Aspo ist unter 10. Der Klub ist unter 10. Aktuell nicht. Und Kanjo ist unter 10. Es ist, ich sage mal, eine Art EMP-Wolke über der Insel. Und der Rest ist alles über 20K. Ja. Sollte das, ja, die Regierung wieder freigeben, dass die Schlüsse funktionieren. Oha. Bruder. Aber Röppler ist natürlich wild. Da haben Sie auf ihrer Zentralfunkfernbedienung einen Knopf, da steht ganz dick und fett G drauf, wie Gustav. Damit können Sie diese beträtigen. Ja, genau. Das hatte ich gerade eben probiert. Aber das ist so falsch. Das geht ja gar nicht. Wenn wir uns nachfragen. Ne, seit zwei Tagen haben wir das Problem. Ah, okay. Okay. Ja. Ja, gut. Hatte mich gerade nur gewohnt gehabt, so. Deswegen bin ich noch kurz. Ne, ne. Ne, ist ja auch richtig. Das hatte ich dann vergessen, ihn mitzuteilen. Das tut mir leid. Okay, Komoda ist aber auch geil. Ja, gar kein Thema. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Ja, ja, wunderbar. Perfekt, Alter. Okay, dann schönen Tag. Dann würde ich, glaube ich, den Klub nehmen. Klub ist geil. So, junge Mann, sind Sie da? Sie reden mit mir, hallo? Okay, so. Perfekt. Ja. Ja. Beide preislich 4400. Mhm. Und zu unserer Rechten ist der Kanjo, der kostet 1600. 6600. Sehr, ja. Ja. Meine Frage sind hierbei, der weiße da vorne, was kostet der? Äh, hier vorne, dieser weiße? Der weiße da, ja. Der weiße da, ja. Der kostet 44.000, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste ich selber in der Tabelle nachzuschlagen, aber ich meine, der liegt bei 44.000 und der knapp bei 71.000, wenn mich nicht alles täuscht. 72.000, okay. Genau. Ähm, kurze Frage? Ja. Bei dem Klub, ähm, wie, also der hat schon ein bisschen Power, oder? Also da könnte man schon ein bisschen... Der ist gut, ja, der ist nicht schlecht, genau. Ja, gut. Und der ist, glaube ich, bei 44, wenn ich mich nicht irre. Der kostet 4400, korrekt. Gut, dann würde ich den nehmen. Den möchten Sie nehmen. Ja. Mach ich Ihnen gleich sofort fertig, nehmen Sie bitte noch einen Moment Platz. Mach ich. Weil momentan bin ich alleine. Alles gut. Nur, dass Sie mich dann, äh, dass Sie mich nicht vergessen, ne? Ich, nein, ich bin sofort für Sie da. Okay, perfekt. Dann alles gut. Jo. ... So... So ist besser. So, perfekt. So langsam kommen wir rein. So langsam kommen wir... Ey, was soll das denn? Setz dich wieder hin, du Arsch. Na, perfekt. Hä? Oder darf ich dieses Menü nicht zumachen? Okay, na gut, dann lassen wir es einfach auf. Denken wir mal einen Schluck. Ja, wo? Setz dich hin. Na gut, er will nicht sitzen. Aber die Karren, die wir da gerade eben angeguckt haben, die waren schon köstlich. Also schlagen ist natürlich so an Mercedes. Boah, was für eine Klasse ist das. Ich kenne mich da tatsächlich null aus. Aber halt diese... Ich würde jetzt mal so, wie man das ja auch immer sagt, so dieser Silberpimmel. Hinten die Kabine vorne, die lange Motorhaube mit Motor drunter. So ähnlich. Aber gucken wir uns nochmal genau an, wenn das dann in Frage kommt. Also jetzt haben wir ja erstmal nicht genug Geld, um das zu kaufen. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Cash machen. So, wenn wir 4.400, wären wir bei 6.1. Hallo, läuft. Smithsky drauf. Du bistime, dude. Thanks, Kyle. Cheers. 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 motor. Cheers. 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 So, dann schmeiße ich gerade mal eben noch ein Bot raus aus meinem Stream, ohne Momento. So, dann schmeiße ich gerade mal. Okay. Ja, ich bin sofort für Sie da. Okay. 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 so die herren da bin ich als nächstes waren sie dran bitte einmal zu mir kommen und dann hatte ich gerade mal zuckeln ich wollte mal kurz nur kurz bescheid sagen der herr dort hinten ist